Guten Tag, ich bin Frau Azza, ich bin Deutschlehrerin am SAFA-Institut. Heute sprechen wir über ein wichtiges Thema. Was esst du gern? Was esst du gern? Was esst du gern? Ich esse gern Chips und einen Apfel. Ich esse gern Chips und einen Apfel. Was esst du gern? Ich esse gern einen Schokorregel. Ich esse gern einen Schokorregel. Eine Perne. Ein Perne. Ein Käsebrot. Ein Käsebrot. Ein Käsebrot. Ich esse gern einen Apfel. Ich esse gern einen Apfel. Was bedeutet Chokorregel? Chokorregel ist ein Schokorregel. Eine Perne. Ein Käsebrot. Chips aus dem Deutschen gebene. Apfel. Ein Dialog. Sam, was hast du in der Pause? Ich möchte einen Apfel. Und du, Sina? Ich möchte einen Schokorregel. Möchten. Möchten. Was bedeutet Möchten? Möchten. Fahle mit dem Sprachen. Ja, wad oder ja, r'gab. Ich möchte. Du, Möchtest. Er, sie, Möchte. Wer, sie, sie, Möchten. Ihr, Möchtet. Zum Beispiel. Ich möchte einen Apfel. Er möchte einen Schokorregel essen. Wir möchten eine Perne essen. Adam möchte ein Milch trinken. Ich möchte einen Apfelsaft. Jetzt sind wir am Ende. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Vielen Dank. Tschüss.